lockt down holy shit was ist los mann okay servus leute willkommen zurück beim plug inc und die heilung wir sind bei unserer neuen seuche und das ist die bio waffe super ich freue mich riesig nee eigentlich überhaupt nicht bio waffe ist nämlich etwas was ich auch sagen muss in der realität wäre das der größte shit des jahrhunderts wenn wir damit anfangen leute umzubringen das wäre echt echt richtig kacke aber schauen wir ob wir es in griff bekommen würden da machen wir uns auf jeden fall ran krankheit ist es ja auch mal geil die nächste pandemie das ist schön hier bio waffe da neue berater entdeckt und freigeschaltete situations leider in heilungsmodus schauen wir uns doch mal anders macht er mit effektivität von gezielter quarantäne und verringert verweigerung hat es nämlich die mortalität verringert globale mortalitätsrate natürlich und ethikkommission durch das mit höherer autorität oder kostet dazu wie sie dabei eher mehr autorität mal wieder und flughafenkontrolleur natürlich auch so ich bin heute auf normal wie nennt man wie nennt man denn die waffe was ist eine gute bio waffe kommt raus bio waffe nehmen wir einfach kompost ich weiß ich trolle immer mit den namen aber ich finde es einfach ja so wieder wie wir es kennen wir starten in deutschland mit unsere mit unserem labor wieder nach china schauen ob da schon was ist vielleicht haben die schon wieder das zamk mix da unten gehen wir mal nach australien da ist auch noch nichts gehen wir nach saudi arabien kompost entdeckt das ist ich finde halt diese diese dialoge dann aber so genial eine beunruhigende krankheit wurde in frankreich gemeldet experten waren vorher natürlich pandemie reaktionsinitiativen werden abschluss der analyse verfügbar okay so tipp bio waffen krankheitstyp kompost ist eine bio waffe die versehentlich feige ist es wurde mit zunehmender infektionsrate mutiert sie immer schneller so dass sie mit der zeit unaufhaltsam werden wird das freut mich mal kurz kurz pause das ist das war die welt davor dass die menschheit durch die pandemie von ausstellen bedroht ist er tankte autorität deutlich hi 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 immer erst mal ich jeden sah immortalität kann ja auch da mal senken ich entdecke ich ja trotzdem weiter da gibt es ja oder drüben sieben ressourcen ja das ist auch schon mein gott okay wie sie kriegt er jetzt wie viel autorität ich bekommen habe sagt eine modalität rate fast fünf prozent okay verstehe die analyse läuft noch kann ich aber hier auch schon mal quarantäne machen total wurscht ob ihr das gut findet oder net kompost breitet sich in viele länder aus sie ist mir bewusst ja ist die krankheit wurde abgeschlossen ok setzte private sicherheit zum ein einsatzteams greifen zu infektion sein dem auf extrem extremer maßnahmen zurück verringert autorität und verweigerung ok erklärt dass es unmöglich ist jedes einzelne land zu schützen begrenzte autoritätslos pro land verringert autorität ps ich verliere autorität aber ich auch der verlust wird eingedämmt ok die verweigerung im balkan städten hält an ja das ist mir durchaus bewusst der rest ist noch relativ und spektakulär hier wieder voll auf impfung so weiter ja und erst mal wird hier auch china dicht gemacht also china asien heute habe ich schnell sich das verbreitet man lol okay ich setze alles unter quarantäne das ist mir jetzt gerade wurscht lockt dauer holy shit was ist los man ok königreich vom kopf hast du überwältigt ja das passt ja zu denen ich habe jetzt krank viel punkte bekommen aber holy shit ok wow das ist übel alter ui verliere ich viel alter ich habe gerade ich habe gerade eben 17 autorität verloren aua minus 11 holy shit alter was ist denn jetzt genau alter was schauen wir wie schnell das runter geht heilige scheiße ich verkacke ja richtig was ist los what the fuck alter ich bin einfach ich bin einfach tot ich bin einfach wow 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 alter okay wow das hat mich ja gerade mal richtig knudelt das alter schwede leute das hat mich richtig bumst das zeug was ist denn los ok das ist das ist interessant ich habe einfach überall lockdown gemacht hat keinen interessiert kein das ist explosions also in polen gemeldet okay es ist halt immer noch die yes ok das alter lockt war eigentlich die ganze zeit europa ha so ich mache alles zu flughäfen alles das muss zu bleiben es wird alles zugemacht scheiße jetzt ist es schon da ist mir kackegal was ihr davon haltet ich kann nur dafür sprechen dass hier die hölle los ist mir total wurscht wie viel da verweigerung ist man waren das zweite verweigerung für mich auch hält das hier dann ich kann es jetzt noch versuchen hier theoretisch mal einzudämmen noch bevor es irgendwie schlimmer wird kompost wurde analysiert so da dasselbe quarantäne kann ich nicht machen jetzt geil jetzt ist es ja auch schon sehen das ist mir kackegal was sie davon haltet hätte sie das spiel von vorhin gesehen dann würde sie da anders denken ja ist mir scheißegal ob ihr verweigert es ist es ist es ist nicht normal ich weiß auch nicht was ich machen kann mit man gesucht schon nirgendwo eins ist es nicht mehr normal wo ist eigentlich der ausgangspunkt frankreich wieder wenn man die frazosen das gibt sogar nicht jetzt ist es halt auch in südamerika ankommen das schlimme ist ich kann nichts machen das ist ich verliere halt richtig viel und kann aber nichts machen die forschung ist immer nur katastrophal joe alter das sind einfach mal ok alter wieviel sterben alter wieviel da einfach drauf gehen ich kann nichts machen das geht so schnell ok ich muss die mortalität drücken das ist ja unnormal keine chance ich habe keine chance wow wow immer mit zehner schritt nach unten und tot holy shit ich habe in zwölf minuten zweimal so dermaßen auf die fresse bekommen wow ich brauche einen anderen plan also lockdown bringt gar nichts lockdown bringt gar nichts gar nichts gar nichts ich probiere es noch einmal ansonsten wird es eine richtig miese runde das video aber hey wer will nicht auch mal sehen wie rate einfach mal übel hart auf die fresse bekommt hat das wollte doch alle ich fahr gleich nach frankreich dieses mal ist es natürlich nicht da wow also das ist nicht ohne kompostet südafrika ok da bin ich eh gerade nein und der fahrt schon rüber oh ja zudem infektions hatte mutiert sie immer schneller so dass sie mit der zeit unerfalls haben wird das problem ist wie kann ich denn die mutation dann dann stoppen das sagt mir auch niemand ich muss doch den müll irgendwie stoppen können den müll ja das selten hat so gut passt oh man problem ist wo kommt denn das her ja Quarantäne bringt nichts das war das jetzt nochmal ich glaube ich muss auf das zurückgreifen das andere hat nichts gebracht ok ne also es müsste eigentlich das hier sein oder auch nicht ich das kann auch hierher kommen wenn das noch mehr 14 ups die analyse läuft immer noch das ist denn los ewig und drei tag von dem mist putzen ho alter es ist es ist es ist nicht normal das verbreitet sich so schnell ich weiß gar nicht was ich machen soll ja ich tut mir echt leid dass ich jetzt auf die harten mittel zurückgreifen muss aber ich habe keine andere wahl ich bin völlig aufgeschmissen ich kann es auch nicht ich kann auch nichts machen ich kann auch nichts machen ich muss voll auf die modalität gehen das holy shit man so schnell kann ich ein klicken patient 0 in argentina identifiziert yes das hat mir ein bisschen impfschub gegeben das war es aber halt auch schon und trotzdem infizieren sich so viele man ist doch nicht normal tut doch schon was ich kann tut doch schon was ich kann 7 7 mehr tut als sich pest jo das glaube ich infektionsrate voll mortalitätsrate voll ich ich habe was ist ich meine die statistik da unten an das ist doch voll für den arsch ich kann nichts machen boah das ist doch nicht normal alter ich kann auch hier nichts mehr machen boah ich krieg so dermaßen aufs maul das wird ein das wird ein zwei video mindestens ein zwei video eine zwei video krankheit ich kann es nur raus zögern mehr geht aber ich schaffe einfach nicht mehr ich kann nichts machen die ist schon komplett außer Kontrolle ja Verzweiflungstat ja natürlich funktioniert es nicht jetzt bin ich wieder bei 18% ach haut doch ab man jo Südamerika ist fast komplett tot jetzt ein paar genesene 44 Millionen Tote ja boah alter wow muss ich sagen wow das also die die krankheit hat mich jetzt richtig platt gemacht wow wirklich also ich mach mal schnell vorlauf das hat sich eh in 139 tagen erledigt schauen wie schnell sich das verbreitet seht ihr das? seht ihr das? bam tot ich konnte nichts mehr machen huuuu ja ähm leute wir machen das nächste mal weiter das ist übel ich hoffe ja ihr habt es an meinem leid gefallen gefunden ne mit dran teig habt keine ahnung äh ich hoffe es hat euch trotz allem an sich gefallen und 1,7 Milliarden Menschen sind gestorben Respekt das ist eine Statistik auf die darf man echt nicht stolz sein genau wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video spätestens nächste Woche kommt dann der Teil Teil 2 von dem von der Biowaffe und ich hoffe ihr seid auch am Start lasst ein Like da wenn es euch gefallen hat lasst ein Abon da wenn ihr mehr sie wollt und wir sehen uns bis dahin euer Raidservice tschau